ja hallo zusammen ich bin hier gerade wieder in meinem wahlbezug unterwegs und bin hier an der kreuzung bauerreichstraße mit dem westring und erse mich gerade wieder über diesen schmalen bürgersteig der hier in diesem bereich existiert hier beobachte immer wieder prekäre situationen wo rollatorfahrer wo fußgänger sich entgegen kommen immer wieder auf die fahrbahn treten müssen da der fußweg viel zu schmal ist deshalb stellt die got im verkehrsausschuss jetzt einen antrag damit diese kreuzung hier verkehrssicher und barrierefrei umgebaut werden kann damit auch hier fahrräder fußgänger und auch rollstuhlfahrer gerade die leute die hier oder gefahr die straße